Jung, engagiert, gemeinsam. Ein Podcastprojekt des Medienzentrums Regensburger Land. Wir, die Schülerinnen und Schüler der Schule an der Friedenstraße, haben uns mit dem Thema sexuell übertragbare Infektionskrankheiten beschäftigt. Wir führen heute ein Interview mit Frau Disa von der Beratungsstelle für sexuell übertragbare Infektionskrankheiten. Das kann ich mir unter dieser Beratung vorstellen. Bei uns kann jeder anrufen, der möchte, der vielleicht Sorge hat, dass er sich mit HIV, mit dem Virus angesteckt hat. Den kann man bekommen durch sexuelle Kontakte oder auch durch Blutkontakt. Bei uns ist der Themenschwerpunkt eben sexuelle Kontakte. Da sind dann Sorgen da, dass man den Virus bekommen hat und dazu beraten werden möchte. Und das STI, das habt ihr vermutlich so noch nicht gehört, ich vor meiner Arbeit auch noch nicht, das heißt Sexuell Transmitted Infections, also sexuell übertragbare Infektionen. Wir beraten dann nicht nur, um zu informieren oder auch die Menschen zu beruhigen, sondern wir bieten auch Tests an. Wir testen hier regelmäßig einmal in der Woche auf HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen. Das Ganze ist kostenlos und anonym. Mit welchen Problemen kommen Menschen am häufigsten zu Ihnen? Wenn eine Sorge ist, wenn jemand Sex hatte und vielleicht das Kondom kaputt gegangen ist oder irgendwelche Sorgen sind, dass man vielleicht eine Infektion bekommen hat, die kommen zu uns, dann informiere ich, berate ich und dann empfehle ich, die Testung eben zu machen, damit man danach weiß, alles ist okay. Oder es ist eine Infektion da, die man dann beim Arzt behandeln kann. Mit welchen Fragen und Problemen kommen Jugendliche zu Ihnen? Bei den sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten, da gibt es Jugendliche. Sonst ist es auch so, dass wir rausfahren in Schulen, da Sexualpädagogik anbieten, also von Pubertät bis zu Verhütungsmitteln und sexuell übertragbare Infektionen. Und da kommen verschiedene Fragen, zum Beispiel, wie kann ich den Virus bekommen? Wie kann ich mich schützen? Solche Fragen. Wie komme ich zu Ihnen in die Beratung? Ich habe Flyer entwickelt, die ich auch immer verteile in Veranstaltungen und auch auf der Homepage. Da kann man dann die Telefonnummer sehen, man kann bei mir direkt anrufen. Dann haben Sie gleich den Ansprechpartner dran. Ich berate dann gleich und kann dann auch die Terminvereinbarung gleich machen für Test oder eine Beratung zur Schwangerschaft oder eben auch Erkrankungen. Erfahre meine Eltern von meinen Problemen, wenn ich das nicht möchte. Gibt es Situationen, in denen Sie die Eltern informieren müssen? Solche Situationen hatte ich noch nicht. Das wäre etwas ganz Akutes, wenn Gefahr im Verzug ist oder Kindeswohl wirklich gefährdet. Was Akutes. Wir haben auch Schweigepflicht. Also wenn jetzt ein 16-jähriges Mädchen kommt und sagt, sie hatte Sex, das Kondom ist kaputt gegangen, sie würde gern testen lassen, dann dürfen sie das testen lassen. Wobei das weniger vorkommt, es kommen eher ab 18 Menschen zum Test. Frau Diesel, wir danken für Ihre Antworten. Ich danke Euch auch für Ihr Interesse und Eure Fragen.